Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde GTA 5. Mit dabei sind Dalu, Maru, Juli, Kapuze, Krabs, Maxi, Sachse, Early, Flocke, Alex, Items und vielleicht irgendwann nachher noch Paint. Hat doch jeder seinen Reservereifen angeschnallt? Zwei. Das war so Gartenstreber. Ach, das ist die Strecke. Aber mit dem Auto ist es ein bisschen wasch, oder? Alter, das Ding ist da richtig viel aus, beim Bremsen. Oh nein. Wer bremst, verliert. Oh shit. Alter, wer Ramp-Bricht nimmt da die ganze Zeit. Die Hälfte fliegt raus. Was ist denn das für ein Blödsinn? Da sind ja alle raus. Ich bin ein Weißpferd und Ramp-Blocke. Ich glaube, wir fahren 30 und mehr nicht. Ich geh jetzt mit dem Sachse raiden. Naja. Musst du jetzt den Sachse raiden? Er geht den Sachsen raiden. Wow. Was ist das denn für ein Handy? Sachse ist der Raid-Boss. Der Raid-Boss. Der Raid-Boss. Der Raid-Boss. Wow. Hörli, du gibst rum. Das ist aber ne Scheiße. Hörli. 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 Leute, warte den anderen nicht hinten rauf, da flippt man die willst du weg. Oh Gott, dritter. Äh, warte mal. Solltest du das sein? I know that feels. Crapes! Ja, bitte. Riese, carefully. Ein schönes Gefühl. Langsam, langsam. Ja. Wurde dich nicht. Wurde dich nicht. Leute, ich muss hier durch. Beitipps, ist die letzte gestrichen? Nein. Okay. Dann weiß ich ja wahrscheinlich, dass ich rauskicke, ne? Ich hab halt noch irgendwo weggeflückt werden. Boah! Na ja. Tschüss. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich hab'n Reifen verloren. Häh? Oh nein. Das Auto ist nicht für die Meck. Worauf hupst du die ganze Zeit? Nee. Was ne Assi-Strecke mit den Dingen da oben. Hast du gemacht? Hä, die Strecke ist eigentlich okay? Ich wurde dann mit dem Windrad weggekickt. Das ist ja der Gag. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Versteh ich nicht. Die Meckste hat gebremst. Okay, okay. Das Auto war ein Fehl. Hallo Juli. Hallo Juli. Hallo. Oh, ich wollte die Leute holen. Das Bild hochkrabbeln. Das ist doch. Hä, was für ein Toll. Kapuze, fahr schneller. Ich fahr noch. Nein. Wir fliegen Reifen rum. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Gar nicht wahr. Wir erleben uns da. Es war halt voll die Vollspeed-Core war da durch. Du warst halt so, 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 so Bumper. Wer ist denn eigentlich erster? Wer dackelt denn als erster so? Oh nein. Soll, Flocke. Wow. Aber jetzt holt ihr auf. Der Einzelne, der nicht gerammt worden ist am Anfang, oder? Der Einzige, der mit Skill gefahren ist am Anfang. Tschüss locker. Aber jetzt den Jackpoint verkackt werden, oder? Ja. Zwei. Zwei. Du Boi. Du Boi. Du hast doch. Was hab ich? Du warst Kapuze, ey. Das war's, items. Ich trag dich wohl nicht will. Du bist so echt Platz 1. Ich hab ja auch extra gebremst, damit du drauf bleibst. Oh Gott, ey. Ey, die Bäume haben ne Hitbox. Das ist unglaublich. Du bleibst am Flachdick. Fahr, sagst du. Der ist Inhaltschrank. Coondren ist hinter mir. Der hat es schlimm, ich weiß. Bist du dappert? Ey, was machst du auf dem dritten Platz? Du bist auf dem falschen. Ja. Coondren, wir holen jetzt auf. Als irgendjemand Kapuze sieht, ne? Dann machen wir jetzt hier. Ja, Coondren. Ja, Coondren. Ja, Coondren. Könnt ich machen, er ist vor mir. Coondren nicht. Der Flüge sei mit dir. Steh mal auf hier vorne. Oh, geht nicht. Aber Maxline möchte dich grüßen. Oh nein, Coondren. Nein, Coondren. Ah. Der hat echt auf der Hände. Ja, was du machst, da der Mund ist. Der alte Sachse, der fährt noch. Oh mein Auto fährt nicht. Oh mein Auto fährt nicht. Coondren, du Depp. Duli, du musst auf der Strecke bleiben. Ja, Coondren, du dummes Schwein. Coondren, du dummes Schwein. Nee, schon wieder, bitte. Nee, schon wieder. Boah, komm, 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 komm. Du hinter mir bist, Mark. Oh, wer fliegt denn da oben? Ja, ich. Weil diese Kacke ist die Map. Kunra, ne dummes Schwein. Er hat mir mit zwei Reifen da runtergefallen. Hat der Kapuze grad zu dir gesagt? Ja. Ne, Alex. Oh ja. Der flipp schon wieder. Ich wegle mich nach vorne, passt immer. Wie guckst das gerade drauf? Ich erwischt gleich so ein Windrad. Hast du das auch Kopf kaputt, soll ich das suchen? Ja, das bin ich. Das ist auch ein Windrad, Tag. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Windrad. Wie schaffe ich es denn nicht aufzutreten? Ja, ich auch nach hinten. Kannst du nach hinten halbieren? Ja, ich kann nach hinten halbieren. Okay. Interessant. Erli will den Sachsen raushauen. Ja, der Sachse mich nicht raushauen. Und wir sind ja auch immer wieder selber dieses Miss-It. Der kriegt ja auch selber geschissen. Vlog, pass auf. Ne, das ist nicht Vlog, das ist Alex. Ich sag dir doch Alex. Sachse fahr, komm fahr, fahr. Bin ich da auch noch. Fahr Sachse. Sachse. Alex ist auch auf der Abschlussliste. Du wirst schon längst draufgewegen. Der arme Sachse. Das warst du jetzt, Grab. Du hast ihn geredet. Du hast ihn geredet. Fahr Sachse, fahr Sachse. Ich muss mich. Ich bin hinter dir. Mann, jetzt sind die anderen weg. Das würdest du ja nicht mit mir reden. Da vorne fahren vier Stück. Okay, das ist gut. Alter, wir sind Early. Wir wollen nicht nachgeben. Wollt ihr nicht im Weg stehen. So, jetzt noch Early. Und danach die guten Fahrer. Oh, ficken. Ach, wie wirst du denn da? Dass du Early bei dir hast. Early ist vorne gerade. Early, er wollte den Sachsen raushauen. Der verdient erster war. Und hat mich mitgezogen. Er hatte eine gute Chancen. Er kann nicht mehr Autos sein. Er ist auf jeden Fall schon. Das ist ja so eine Null-Null-Rechnung. Eine Null-Null-Rechnung. Generell ist eine Null-Rechnung. Das stimmt ja nicht mehr. Alter, Netz-Zeit! Verbeten dich, Daro! Du Arschloch! Ich hab grad nach hinten geguckt, weil Items rangekommen sind. Ich habe grad geguckt, ob Items aufholt. Was ist passiert? Alter, ich schaue. Alter, ich schaue. Omaru! Schick die Welt! Oh! Nein! Oh! 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 Bravo! Es ist auch gleich und vielleicht x5! Das ist nicht geil! Was? Die haben Kanadier? Wenn du das sagst... Schuld ist Kanadier. Flock ist, glaub ich, aus Russland. Entschuldigt, das kann eigentlich nie ernst gemeint sein, es sei denn das kommt von Maru. Hä, ich entschuldige mich auch immer ernst. Ich hab dich auch schon ein paar Mal entschuldigt, du bist ernst gemeint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut Alex, hast dich alle aufgehalten. Oh Gott. Ja, super. Erster sei ne Scheiße. Ja, keine Angst, ich nehm das wieder ab. Das ist gut so. Ich mag das. Also Erster war super gewesen. Das kann ja nicht kennenlernen. Zielerster werden ist kein Ding, das mag ich auch. Aber langsam fahren ist tot. Nein! Es ist einfach, der Motor geht gefühlt einfach aus. Ja, ich glaube, er hat diese volle Karte auf dem Boden gehabt und ich empolze mich. Ja, hab ich auch geglaubt gehabt in der ersten oder der zweiten Runde. Fahr vorbei und nicht mehr mit der Untertube. Nein, mach, 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 mach! Ich mach dich fertig. Fahr vorbei, hab ich ja gesagt. Ja, hab ich versucht. Go, 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 sag sie. Du Scheißspiel. Ja, ich komm zu mir. Bro, komm zu mir. So steh ich das Spiel auch nicht. Mann ey. Diese blöden Dinger hier, die sich drehen. Diese waren wirklich cool. Holy shit. Entschuldigung! Fahr! Ich bin extra langsamer geworden, damit du noch... Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gesehen, ja. Ex-arbeit ist nötig. Ich glaube, ich hab bei allen Aufgaben vergessen aufgenommen. Oh shit. Oh shit. Wie kannst du denn vergessen? Hast du denn Pausen aufgenommen oder was? Ja. Ja. Doin. 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 Doin! Das ist genau so spannend. Julie, mich hat's auch rausgekommen. Ja, aber mich hat ein Sachse rausgehauen. Nein! Kann auch Maru gewesen sein. Sachse! Wie kamst du nur? Der Sachse hat angefangen Offroad zu gehen. Du hast keinen Boost? Oder was? Nee. Ich hab... Ich hab... Bin mit der Hinterachse angestoßen irgendwo und dann... Ja. Du hast einen Boost. 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 Dafür, dass ich in der ersten Runde zwölfter war, mit weitem Abstand... Boah, Maru, ey. Ich hab dich fast noch gehabt. Wir sind beide rausgeflogen, ne? Ja. Wir sind beide rausgeflogen. Ach so. Das hab ich gar nicht mehr wissen. Sachse greift noch an. Ich darf ja dann den Shield-Flip gemacht haben. Sachse, sein Auto ist um ihm gleich gesiegt worden. Bei mir ist der Sachse da nicht durchgekommen. Ich bin wieder Zweiter geworden, Colin. Hast du wieder gewonnen? Nee, bei mir steht auch Zweiter. Ich hab noch... Ich krieg auch nur 12 Punkte, ne? 20.000 Dollar? Ja. Ja. Mipf. Aber Yoloko steht da trotzdem. Yoloko. Möchtest du nochmal Werbung machen? Jetzt im Merch haben. Jetzt im Merch? Immer noch, ne, Leute? Schon die letzten drei Folgen. Immerhin, Curl. Wir haben echt gleich viele Punkte und... Das ist beschiss. Aber hier nicht. Hier ist dann die echte Liste. Los. Wo? Wir hatten ja die Lobbys neu gestartet. Hulu. Ja, trotzdem ist er mit ne Liste. Hulu. Also ich muss... Ich bin direkt in die Lobbys. Ich auch nicht. Ja, dauert trotzdem mal 15 Sekunden. Bei mir müsst ihr alle noch auf Continue drücken. Das sieht wieder nicht gut aus, ey. Bei mir ist... Aber... Noch bist du Host. Noch bist du Host. Ja, ja. Ich bin ja auch nicht raus. Also bei mir läuft ja die Zeit. Ihr seid ja einfach schon im Menü weiter. Ja, ja. Dann musst du einfach warten. Dann bist du gleich mal im selben Menü. Ja, geht auch. Ich bin jetzt da, aber... Pain connected. Mit Pain fehlt noch einer. Pain connected und Sachse connected. Sachse. Ach ne, diese werden ja nicht eingerechnet. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, gar nix. Hallo. Ja, nö, nö. Mit mir kannst du doch gar nicht rechnen. Awww. Also geht nicht Sachse. Sachse kann nicht rechnen. Ich hab... Halt die Fresse. Ähm... Äh... Ne. Okay. Ist so ein Cinema-Bild. Ah, ich kann trotzdem nicht starten, solange du joinst. Achso, das ist auch nicht verkehrt. Aber ich kann auch nix machen. Warte mal. Ja, du musst schon beenden das Spiel. Ja, dann kaputt sie auch gehabt. Mehr Zeit, um jetzt den Werbeeinspieler für den Merch zu machen. Da muss man all der führen. Bis gleich. So, wenn der Sachse raus sein sollte, kann es erst weitergehen. Jetzt soll es weitergehen. Ja. Pff. Das ist auch immer kacke. Wir nehmen diesmal... Ja, Robstar. Fickt euer Sche... äh... Fixt euer Sche... Das ist die Strecke, dafür ist die gemacht. Also für die Shotaro. Das ist das große M. Ja. Also wir nehmen die Shotaro. Das ist Shotaro. Und in McDonalds gelb, ja. M wie Merch. In McDonalds gelb. In McDonalds gelb. Was ist mit Burger gehen? Was ist mit Crabs kaputt? I refuse. Ich nehm Lila weiter. Wir können doch nicht auf dem großen M ohne gelben Motorräder. Die Strecke heißt sogar so. Welche Farbe ist jetzt schon an Soße? War die Brau? Was nehmen wir? Welches Auto? Shotaro. Shotaro im Brau mit die Soße. Shotaro? Ja, mit S. Das ist Tron Bike. S-C-H. Danke. Da fühlst du es doch viel zu jung für Tron. Der ist jetzt schon an Soße. Iiiiisss. Jo ist's klar, Crabs. Wer sagt der Halle mit Crabs heute? Crabs hat gerade den Sticke Finger gezeigt. Nein, 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 nein. Hä? Ich hab doch gelb ausgewürgt. Boah, keiner fährt in McDonalds gelb. Hat da gerade jemand rein sagen wollen oder war er ein Auto? Doch da fahren welche. Oh, das ging schnell, Kinder. Da hier Crabs fährt in Gelb und Alex. Das ist cool. Ich hab Gelb auch rausgewählt. Ja. Ich fahr gelb. Ich unterstütze diese Firma nicht mehr, seitdem die einmal richtig kacke gebaut haben. Welcher Burger King? Alter, was ist da hier los, ey? Das hat mich aber richtig niedergebremst. Ja, mich auch. Ich hab grad irgendjemand von... WAHRE GELAWARE, der sich überschlagt. Also die gelbe Gefahr ist hin. Ich bin nicht gut hier vorne, Payne. Das hat keiner davon gemacht. Was macht das? The items is so crazy, motherfucker. Holy shit. Boah. What the fuck? Ich bin nicht schlecht. Die Straße gehört mir. Ich bin alt. Ich weiß nicht wo die Straße ist. Nix gehört mir. Du bezahlst mich gerade, Juli. Alles klar. Was ist denn jetzt hier los, Juli? Tja. Wow. Läuft. Ich bin raus. Ja, ich auch, ey. Das war sehr... Intensiv. Intensiv. Sie. Aroma. Ich bereue ihn nicht. Ich bereue ihn nicht. Ich bereue ihn nicht. Oh nein, das Motorrad. Ich hab McFly kurz angehoben. Ja. Okay, Alex. Jetzt kann Alex wieder die Abkürzung nehmen, die Geheime. Ja, nach links. Der Senf ist wieder da. Das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Das machen wir gar nichts, Juli. Wir werden gewinnen. Rotkraut? Ja, ist das eh. So ist es. Sehr gut. Oh. 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 Jetzt, Achtung. Jetzt wird alles zusammengepackt auf den... Oh. 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 Du hast mich in die Wand gebrannt rückt. Du hast mich in die Wand gebrannt rückt. Ja, ja, deswegen sag ich, er ist mein Endgegner. Der ist halt nicht scheiße. Du hättest einfach nicht gerammen müssen. Was? Ich hätte dich nicht... Was? Du hast mich gerammt, du hast mich in die Wand gerammt. Dann bist du rausgeflogen. Das stimmt gar nicht. Wie schnell! Wie schnell! Wie schnell! Ausweichmanöver! Da sind wieder ein paar. Und da kommt wieder alles zusammen. Warum steht da falsche Richtung? Weil du einen Checkpoint vergessen hast. Oh, der hier, hallo! Ganz so vorne! Das ist doch so eine Bukkake, Alter. Eine Bukkake? Los, der Senf! Angriff Senf! Ich will den Senf auf 1, 2, 3 sehen! Boah, das ist richtig fackreich! Das große M muss gewinnen! Wer ist der... Hallo, wer hat denn da jetzt gerade? Es kann nicht Early gewinnen! Der Geboots ist brown! Early müssen anheben hier! Warte, bin weg! Oh, da sind... Drei Gelbe sind vorne! Es ist... Es ist möglich! Nein, Senf! Eine gerade länger gewesen wäre, wäre ich noch mal rangekommen. Egalo, komm her zu mir! Nee, das M! Komm, komm, komm! Komm schon, gelb! Ich bin hier! Genau, da ist Lila dazwischen. Da ist Lila dazwischen. Der Pink! Auf der Strecke ist es halt so krass, wie nahe immer alle beisammen sind. Der Katze, war der gerade Pink? Ich hab keine Ahnung, was würd ich mich fragen, ob er mich... Bis auf Pain! Ja, bis auf Pain, ne? Ja, also ich hab nicht gewonnen! Doch! Ah, okay, das ist ja falsch! Nein, nein, da steht you finished first, aber ich hab nicht gewonnen. Ich bin Zweiter. Ich auch. Nee, nee, du müsstest dann vielleicht gewonnen haben. Ich bin eigentlich Erster. Oh Gott, gewonnen! Ich bin eindeutig als zweites ins Ziel gefahren. Easy! Jetzt bin ich auf die Zeiten geschwand. Ja, das war schon knapp! Oh! Jetzt zwei Zeiten! Geht ab! Du hast wahrscheinlich die Hand nach vorne gestreckt. Der Senf hat aber gewonnen. Der Senf hat eindeutig gewonnen. Der kann doch als zweites durch. Ich war mir wirklich sicher, ich will als zweites reiten. Das sah auch ganz danach aus. Bei mir ist der Ladebildschirm gerade am hängen? Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Bei wem ist denn kein Ladebalken? Bei mir, glaub ich. Was heißt glaub ich? Was siehst du du? Hast du unten rechts einen gelben Kreis, der sich dreht? Nee. Dann bist du raus. Was? Ich hab auch keinen, der sich dreht. Ich glaub, die haben alle nicht. Dann warten wir nochmal kurz. Ich seh die Stadt und hab unten rechts einen Ladebalken. Jetzt ist der Kreis weggegangen bei mir. Bei mir ist halt der Aufnahmeknopf da, ne? Jetzt ist es weg, der Ladebalken. Ja, bei mir auch. Warte was, dein Aufnahmeknopf ist auf dem Bildschirm? Meiner auch. Also, ja. Du musst da drauf drücken. Du meinst die FPS-Anzeige? Nee, das Aufnahme läuft. Ach du heiliger, Juba Digga. Hä, voll praktisch. Ja, du heiliger, Juba Digga? Ja. Ja, ich bin glaub ich auch raus. Also bei mir wackelt die City noch. Ja, bei mir wackelt die City auch. Okay, alles klar. Sieht schön aus, ne? Irgendjemand ist draußen. Alles so kaum. Genau, er hat rausgeflogen. Nö, nö, ich bin so rausgegangen. Ich dachte, dass ich da mehr... Jetzt ist neuer Ladebalken. Wollen wir mal ein Punkt hin? Noch ein bisschen Zeit haben, ne? Dahlus-Name. Ja, genau. Du loco. Du loco. Aber was ist... Wer hat denn... Irgendeiner lügt hier und hat grad keine City. Hast du ein Ref-Link für mich? Freue ich nicht. Krass vielleicht. Ich wäre ja Prinzente hier. Soll ich den Bild schließen, dass ich hier die sehe? Der hat bestimmt extra eins gemacht für den Fall der Fälle mal. Der ist es. Pain ist bei dir die Stadt zu sehen? Ja. McFly? Ja. Sachse? Er ist da rausgegangen rein hier. Flocke wahrscheinlich? Wie sieht denn die Stadt aus? Beschreib mal was. Oben rechts ist ein kleiner See. Nein. Richtig. Da ist ein riesengroßer Kanal in der Mitte. Ja, der See sieht aus wie eine Pistole auf dem Kopf. Also ich hab in der Mitte die Highway auffahrt. Ja, bei mir auch. Die Highway sieht wirklich aus wie ein Kind. Was für ein See denn? Da ist aber kein See, also da wird schon gelogen, ja? Ja auch bei mir oben rechts auch schnell. Ja, ja, ja. Ihr seid raus. Bei mir auch. Ja, wer ist jetzt raus? Wer nicht. Wie viele Kreuzungen sind auf dem Bild? Oh Gott. Okay, Moment. Eins, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei. Wo ist Walter? Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das sieht aus wie eine Schnecke. Aber seht ihr in der Mitte den grünen Punkt? Ja, richtig. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist ein schwarzes X auf Grau. Ja, mittig links auf so einem Hochhaus. Ja, ja, ja. Ich will. Ja, okay, Juli. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist ein E. Du bist raus. Das Gebäude, das Gebäude, das ist ein E. Nein. Du meinst, da steht Ladevorgang, das E. Nein. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist die Lobby. Was? Nee, das ist... Sorry. Raus. Aber ich glaube, GDR hat dann heute genug Probleme gemacht. Ich glaube, das wird auch so nix mehr. Wenn euch das... Ich sehe was, was ihr nicht seht, gefallen hat, dann lasst ihr gerne ein Like da und schaut auch bei den anderen vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe nicht mit einem Patch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.